Tybor 89 Deine Let's Plays für Tage, wenn es mal nicht so läuft und alle anderen Tage auch. Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer, zurück zu Blair Witch Folge Nummer 3. Und ganz kurz, ich muss am Anfang sagen, mir geht's Hunde-Elend, denn ich habe einen Hexenschuss. So, jetzt habe ich auch alle Wortspiele, die dieses Spiel betrifft, aufgebraucht und wir steppen hier mal Rinne. Ich hoffe, du kennst, wo du gehst, Junge. Renn mir nicht weg, Jugend! Renn mir nicht weg, Junge. Lass mir bloß die... Die darf mir hier nicht wegkommen. Was ist das? Hä, was? Hallo? Äh, hallo? Das ist scheiße. Echt? Ich habe mich kaputt. Lass mich da zerstören. Fabian. Fabian. Was schaut ihr diesen Fabian, hä? Äh, wie wär's? Ja, wie wär's? Na, wie wär's? Na, wie wär's? Na, Taschen... Taschenlampe? Hallo? Was? Wo are you? Wo are you, Typ? Wo are you? Oh, goddamn. Goddamn, wo ist ein Weg? Oh, Gott. Was ist das für ein schrecklicher Scheißstart? Äh... Hallo? Hier geht's nicht weiter. Oh, Gott. Ähm, äh... Das ist ganz schön... Schwatt. Alter. Ja, wir sind hier mitten in der Gebärmutter des Riesenbaumes. Äh, da kann man sich natürlich... ...das ein oder andere Mal verlaufen. Oh, Gott! Zum Glück gibt es hier keine Quicktime-Events wie bei Man of Medan oder Man of Medan. Keine Ahnung, wie man's ausspricht. Gott. Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich guck immer so zwischendurch jetzt bei mir rüber, weil ich der Performance halber Faust-Sink ausgestellt hab und ich hab hier die ganze Zeit bei mir ein Schlieren drin. Was überhaupt nicht schlimm ist, weil ich gucke die ganze Zeit nach rechts und ich hab's nicht in der Aufnahme. Ich mach es trotzdem jetzt nochmal an. Ich kann's ja einfach nicht sein lassen. Ich kann's ja einfach nicht sein lassen. Lukas. Okay. Ob das wirklich die ganzen Schauspieler, also, ne, oder die Protagonisten aus dem Film... Ich glaub, wir haben ganz andere Probleme als uns. Oder sind das all die Leute, die hier in diesem Wald verschwunden sind? Vielleicht ja auch die, die, äh, in diesen Filmen verschwunden sind, in diesen ominösen Filmen. I don't know. Genau, das sollte ich machen. Bullet. Where are you? Bullet. Oh Gott, ist das schlecht. Oh. Ja, Jungen. Durch. Durch. Ja, nicht immer an- und ausmachen, durchgehen. Alter. Was soll ich denn tun? Ah. Ah. Goddamn. Sag mal, wo stickst du denn fest? Ich kann mich gar nicht nach hinten... Ich muss weiter in die Richtung. Ich muss mich weiter in die Richtung kippen. Alter, diese komischen... Ich komm doch gar nicht voran. You can do... Oh. Thank God. Gut, ich hätte... Ich musste nur einmal links-klick drücken, um da durchzukommen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich muss mich vorwärts bewegen. Ja, 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 ja. Where is that dog? Welch Irrtum? Welch Irrtum? Okay. Where are you, buddy? Bullet. Es ist übrigens grad mega heiß während der Aufnahme. Ich geh voll ein. Oh Gott. Soll ich mich umdrehen? Soll ich mich mal... Soll ich mich mal... Okay. Okay. Nee, 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 nee. Wir gehen einfach immer wieder... Alter. Soll der wirklich jetzt... Des Riesenbaumes Gebärmutter hier darstellen? Das wäre ja echt... Abby Schmabby. Okay. Okay, vor allen Dingen. UK. Ähm... Ja, ja, ja. Telefonnachrichten. Erst eine Sprachnachricht. Weih, wir sind doch in den 90ern. Was ist denn hier los? Ja. Aber wie spiele ich die ab? Sie haben eine neue Sprachnachricht. Anrufverlauf, Einstellung, Spieler, Telefonbuch, Nachrichten. Ich weiß doch gar nicht, wie ich... Na gut, habe ich eine neue Sprachnachricht. Man wird es wohl niemals erraten können, wie man an... ...und sprichst bei mir von Vernunft. Das fühlst dich aber. Hier laufe ich mitten in die Spalte. Entschuldigung. Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott! Er verlor sein Haupt. Oh Gott. Bleib bloß bei Sinnen, Alter. Oh Gott. Off the record, Alice. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun. You told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what happened? No, you know what happened. This is on me. Alter, what the fuck? Adam Shannon. Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I... I could have crippled him for life. And yet... Alter. I felt it was something I had to do. Had to. I couldn't. Gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, oh. God damn. Das sind viele. Alter. Was sind denn alle von oben? Okay, ja. Unser Typ war irgendwie... ...in Krieg. Madame. Madame. Madame, was kommen Sie so an? Mhm. Oh, Minion. Ich schreib mich mal wieder rein. So. Minion. Jetzt sind wir hier wieder draußen. Ja. Äh, äh. Auf ihn. Ich... Ich seh ihn schon wieder nicht. Es ist... Es ist unglaub... Ich... Ich lauf jetzt nur noch so, damit ich ihn seh. Komm mit, Junge. Nur noch so lauf. Komm mit. God damn. Okay. Ist dat... Wie bei Leia Sophia, dat solche Geräusche auch immer auf Hinweise hindeuten? Schauen wir mal. Ach, das ist der... ...Zeltplatz, den wir schon gesehen hatten. Nee, das ergibt dann wirklich keinen Sinn. Okay. Du hast irgendwas. Mit dir stimmt irgendwas nicht. Ja, was denn, mein Junge? Vertraue dir ja. Warte mal. Erstmal gucke ich mir das noch an. Lesen. Die Angst, die Monster zu vergessen, von Todd McKinnon. Mein Vater, Theodore McKinnon, war ein Holzfäller. Als ich noch ein Kind war, nahm er mich oft mit zu dem Sägewerk im Black Hill Forest, um mir Geschichten über die Monster und Hexen zu erzählen, die dort lebten. Nach knapp 40 Jahren bin ich an diesen Ort zurückgekehrt. Es sah noch immer genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung gehabt hatte. Wie ich ihn in Erinnerung gehabt hatte. Mit Ausnahme seiner beunruhigenden Lehre. Niemand war mehr da, um Geschichten über furchterregende Monster zu erzählen. Es gab keine einzige Seele, die die Geschichten hätte weitergeben können. Das Holzunternehmen existierte nicht mehr und das Sägewerk war seinem Schicksal überlassen worden. Aber ich konnte nicht einfach zulassen, dass es vollständig in Vergessenheit gerät. Nicht, bevor es mir seine Geheimnisse offenbarte. Nicht, bevor ich herausfinden würde, was mein Vater dazu getrieben hatte, sich das Leben zu nehmen. Das sind verdammt viele Storys. Und Junge, du hast irgendwas Neues entdeckt. Heißt das, wir müssen nach da oben? Watt hast du? Du hast doch jetzt die ganze Zeit so... ...Bereiche, die ich's gemacht. Ja, 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 nee, nee, nein, nein, nein. Oder ist da was? Okay, dann muss ich jetzt wieder irgendwie selbst entscheiden, wo wir langlaufen. Ah, okay. Marius, Marius, okay. Jo, ey. Kann ich jetzt nochmal... Junge, warte mal. Jetzt nochmal sagen, such. Such, da gehen wir euch. Such. Junge, such. Wollt ihr sehen? Dann, Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Und jetzt ist die Performance nicht mehr ganz so scheiße, wie noch in der ersten Episode. Das ist wunderbar, dass die das auch direkt gefixt haben. Looper-Team. Bis jetzt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Alter, erinnert ihr euch jemals? Jemals? Okay, The Cursed Forest hab ich zum Beispiel noch nicht gezockt. Okay, ist auch ein Horrorspiel im Wald. Ähm. Aber an ein so atemberaubend schönes Horrorspiel im Wald? Achso, vor allem von der Optik. Schön. Alter. Noch nie. Noch nie. Das ist wirklich fucking awesome, ey. Mann, wir gehen mal hier rüber. Warte mal. Waren wir hier nicht schon? Aber ich meine, da sah alles noch anders aus. Warte. Okay. Ah, da bist du... Du verwirrst mich, Junge. Okay, du bellst. Okay. Ich muss irgendwie auf dich hören, ne? Oder? Was ist, wenn ich dir jetzt ein bisschen... Nee, du hast... Hast du irgendwie Schiss davor, da hinzugehen? Was ist los? Also, ich check dein Billen einfach noch nicht genau. Das tut mir sehr leid, Buddy. Oh, okay. Jetzt hör auf, da zu süppeln. Komm mit. Etiket Moorwasser. Kommen Sie mit mir, Junge. Lassen Sie mich mal voran. Lassen Sie mich mal. Ja, ja, alles gut. Bleib los, bleib mir. Bleib mir. Ja, bleib mir. Ja. Was ist das? Oh, nein. L-N-T. Blablabla. Jüdisch. Okay. A-Pos. Ach, ja, okay. A-Positiv. Ja, okay. Die Blutgruppe. Das ist kein E-Pos, ne? Also A-Pos. Nee, nee, nee. A-Positiv. Ja, ja, gut. So, mein Junge. Hast du jetzt was? You can find something, buddy. Alter, warum macht der immer so Zubbergeräusche? Jung. Hast du was? 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 Nichts. Okay. Dann lass mich mal weiterlaufen. Ich lauf schon irgendwo lang. Keine Sorge, ich lauf schon irgendwo lang. Alter, ich find das so atemberaubend. Atmosphärisch. Unbelievable. Goddamn, ist das geil. Goddamn, ist das geil. Okay, hier runter. Das scheint mir irgendwie neu zu sein. Aha. Aha. Nee, ne? Ist das nicht der Ort, an dem wir jetzt eben erwarten? Ist da das? Das ist doch... Keine Ahnung. Wir geben uns die Guckung. Stimmt. Der, der... Den... Warte, warte, warte. Da checke ich jetzt gerade nicht. Okay, der schmeißt den Stein um. Und wir... Wie halte ich nochmal an? So? Sollen wir das so machen? Dass wir das... Dass das irgendwie noch... Egal, wenn... Ändern wir das später. Ähm... Wisst ihr was? Wir müssen uns das eigentlich nochmal angucken. Weil ich gerade überhaupt keine Idee habe. Vielleicht muss ich... Auf die Umgebung achten. Alter, ist das der Baum hier? Im Hintergrund? Warte mal. Ja, okay. Es war der Baum. Okay, sehr gut. Äh... Schnüffel. Alter. Oder so. Ah. Oh, 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 oh. The Tappy East Creek Timber Company. Ah, ähm... Hatten wir ja eben gelesen, ne? Davon... So, Zielbullet zeigen. Yes. Yes. Bullet, mein guter. Ich freue mich schon, wenn du mich wieder hier durch die Gegend führst. Fühle ich mich nicht ganz so... Dämmlich durch die Gegend rennend. Komm, wir folgen dem Ziel. Ich habe die Cam in der Hand. Wir folgen dir, Norchalant. Markant, markant. Ends auf jetzt nur bis hier? Ja gut, dann lass mich nochmal... Und... Achso. Du hast gerade auch deine Probleme, hier irgendwie einen Weg zu finden. Ich verstehe... Ja? Ich verstehe, Minion. Ich verstehe, Minion. Alter, leckofunny ist das nice. Äh... Muss ich screenshotten. Alter, sieht das cool aus. Ja, Junge. Ich bin hinter dir. Alles gut. Kein Schiss. Kein Schiss. Oh, 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 oh. Ja? Alter, jetzt hast du keine Hand frei, ne? Alter, ich will nicht zehn Gegenstände in der Hand haben. Oh, nein. Okay. Vielleicht hätte ich auch mal Kanal 2 anrufen sollen. Ja, Elwood. Okay. Wird wahrscheinlich ohne Bekenntnis. Ah, okay. Ah, negativ. Ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alter. Alter. Alter, was ist das denn? Was ist das hier für ein Untergrund? Ist das Sand? Was macht hier Sand? Ist das... Nee, ne? Elisha 5, do you copy? Oh, 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 okay, ja. Das ist... Das ist krank. Ja, natürlich ist das nicht echt. Wir haben gerade einen Flashback. Der war bestimmt im Irakkrieg. Wir haben ja hier die arabischen Schriftzeichen. Und der hat jetzt voll den Flashback. Deshalb passt das auch hier mit dem Sand. Aber das ergibt... In einem Wald gar keinen Sinn. Aber wir haben wahrscheinlich wieder voll den Flashback. Okay. Let's go. Let's go, Typ. Die Bachrede. Warte mal. Lieber Dat in die Hand nehmen. Bevor es gleich irgendein Monster wiederkommt. Hast du hier irgendwas, was ich wegmachen soll? Ich sehe es aber nicht, Alter. Ja, ja, ja. Ich check dein Problem. Ich habe auch ein Problem mit der Situation, Bullet. Ach so. Da? Okay. Alter. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Alter, was? Bullet, nicht runter, nicht runter, nicht runter. Bullet? Bist du hier? Da muss ich mit. Du musst du, Bullet. Bullet, du spinnst doch wohl. Alter Bullet. Oh Gott, Bullet, ich halte mich drüber. Nein, dich. Hinten führst du mich? Was ist das für Bullshit? Oh Gott. Bullet? Oh, da bist du. Nein, du bist nicht da. Okay, aber ich renne jetzt da hin. Weil, keine Ahnung. Ich renne. Okay, okay, okay. Okay. Wir lassen da mal vorbei. Rödeln, wenn das geht. Und rennen dann wieder da auf die Insel. Zu dieser... Du bist jetzt schon da drüben. Bullet! Alter! Lass mich hier nicht so alleine. Komm. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, Bullet. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Bullet, bist du da? Bullet? Wohin? Bleib doch hier. Bleib doch hier. Hier ist schön warm. Hier ist schön warm. Gott, oh Gott. Ich glaube, wenn ich noch einen auf die Schritte kriege, bin ich down, ne? Welche Richtung zieht das? Zieht... Ich weiß es nicht. Oh Gott. Oh Gott. Bullet, bist du da? Bullet! Gott. Gott, ich habe überhaupt keinen Check. Ähm, ja, von links ist was, von rechts ist... Hilfe! Hilfe! Come here! Alter! Ah, da bist du. Okay. Oder ich weiß... Ich weiß nicht... Oh Gott. Ich weiß es... Ey, okay, jetzt zieht das hier gerade drüber. Wir müssen mal abwarten, oder? Wir müssen abwarten. Oh, Bullshit. Okay, das dreht jetzt noch mehr in unsere Richtung. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Los! Let's go! Ich bin Feuer! Nein! 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 Bullshit! Ich sehe gerade nichts drüber. Komm, Bullshit! 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 Ah! Treffer! Oh! Der ging mir direkt ins Stilbein, Bullshit! Oh Gott! Alter! Alter! Okay. Beine in die Hand nehmen. Laufen! Ah! Was? Was war das denn jetzt? Okay. Was? Was ich nicht blicke? Ja! Ah! Ah! Da vorne! Ah! 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 Oh Gott! Seid da, der mich immer erwischt! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Bullshit! Bullshit! Alter, ist das wieder angenehm! Bullshit! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Und das Schlimmste ist, dass man als einzige Hilfe kriegt! Hörer auf die Schritte! Hier bitte! Hörer auf die Schritte! Ich, ich, ich! Die sind so schnell! Die sind weniger als einer Sekunde von links direkt nach rechts gewandert! Ich! Okay. Ich muss jetzt mal ein bisschen leiser dabei sein. Mit der Hoffnung, ich höre! Irgendwie was? Ah, Bullshit, du bist bei mir! Das ist gut! Komm, Bullshit! Komm! 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 Komm, einfach! Komm! Ja, klappt das mal gut sein, ne? Komm! Komm! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, das hat mir so gewollt! Oh Gott, das schaffst du nicht! Oh Gott! Ich weiß nicht, was es macht! Okay, es fährt wieder an mir! Oh Gott! Ich meine, Lauf, richtig du? Oh Gott! Alter, ich check's nicht! Ich check's nicht! Lass mich drüber! Oh Gott! Das ist viel zu heavy! Oh Gott! Ja, einmal weiter, einmal weiter. Einmal weiter. Einmal weiter. Einmal weiter. Gott. Flashback. Flashback, all on the floor. Flashback, you need some more. Flashback, you can tell. That's it. Flashback, Flashback, all on the floor. What? What? Oh. Das sind natürlich jetzt gerade keine Ruckler, ne? Da möchte das Spiel so. Das ist schon crazy. Mal gucken, wo wir dann gleich wach werden. Wenn wir hoffentlich wieder wach werden. Hi. Okay. Aber du bist doch, du bist doch eine Bohne, ne? Alter, wohin? Hier, hier rum? Geht nicht. Kann ich nicht. Gott, wohin soll ich? Das ist doch kacke. Ich kann doch jetzt nicht. Da geh ich doch. Da bin ich doch nicht. Ja, wow. Junge, ich hab keine Ahnung. Ich weiß doch jetzt nicht, ob ich verkacke oder ob das... Nee, ist gut so. Okay. Noch ein guter Junge, ey. Der ist schon heavy, Alter. Das ist schon heavy. Oh Gott, ey. Okay. Okay. Jetzt drücke ich C. Ich glaube, das tut euch beiden mal gut. Ich glaube, das tut euch beiden mal gut. Oh. Ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay. Okay. Good boy. Good boy. So, entweder... Nee, komm. Ich finde jetzt den Weg. Ich glaube, ich muss den Weg wieder finden. Mir gefällt das nicht, dass ich, ähm, jetzt gerade dieses Herzschlagen höre. Ich hab immer das Gefühl, dann geht's mir direkt an den Kragen. Bullet? Ich folg dir ja schon. Alles gut. Oh. Jung. Warte, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Creepy. Wer ist da? Was? Pri... Pro... 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 Ignorieren wir einfach mal das Schriftzeug da drauf. Ähm... Ja, laufen wir irgendwo lang, oder Bullet? Was sagst du? Erst mal zurück und dann wieder dem Weg folgen? Im Weg ist lustig, ne? Ist genau so ein Scherzkeks-Weg-Bullet. Ähm... Valham? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Comet Bullet. Ich lauf jetzt in irgendeine Richtung. Wie immer. Aha. 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 Ja. Nichts Interessantes. Aber Geräusche. Ja, ja, mach mal. Mach mal. Wie, fuck? Was ist denn los? Das... klingt... gut. Das klingt verdammt gut. Das will ich auch. Uh. Muss zum ersten Mal wirklich in die Knie gehen. Okay. Machen wir das. Was ist das? Ah, ja. Sägemüde. Ja, wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir hin, Bullet? Oh mein Gott. Ist da irgendwas? Alter, ich hab keine Ahnung, Bullet. Ja, du hast mich angebellt. Ist gut. Aber verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich nicht, Bullet. Das checkst du jetzt erst? Ja, kommt aber drauf an, in welche Richtung... Was ist los? Junge. Mach mir Sorgen um dich. Ich... Wenn da wieder irgendwie so ein... Fliegenfänger hier irgendwo hängt, dann... Drücke ich den noch kaputt. Futschigato mach ich den. Kommen Sie mit, Minion. Kommen Sie mit. Oh ja, hier haben wir noch was. Oh, ein Dogtag schon wieder. Gott, damn. Ja, Alter. Ja. Hey, what? Keine Ahnung. Es werden alles, äh, Soldaten sein, die wir... Während unseres Einsatzes kennengelernt hatten, mit dem wir gedient hatten. Sag jetzt nicht wieder Sprachnachricht, weil... Keine Ahnung, wie ich die abhören soll. Danke, Bullet. Nicht wegrennen. Ich komm gleich. Nein, nein, das wollte ich nicht. Ähm... Nachrichten. Schon wieder eine Sprachnachricht. Ja, aber wie höre ich die ab? Sie haben eine neue Sprachnachricht. Vielleicht habe ich ein Telefonbuch? Sprachnachricht. Achso, okay. Du hast eine neue Message. Wo ist er? Was hast du ihm getan? Es ist alles wegen dir. Ich wusste es. Ich wusste es immer. Ich wusste es immer. Alter. Ich komm, ich komm. Ich komm. Warte, Bullet. Ganz kurz. Taschenlampe. So. Let's go. Let's go. Okay. Okay. Und jetzt ehrlich, lieber Zuschauer, falls jemand bis hierhin durchgehalten hat. Dieses Bild. Alter, nur dieses Bild hier. Ist das nicht verdammt nochmal mega stimmig? Das ist... Das ist allein schon gruselig. Allein dieses Bild ist schon gruselig. Da kann jetzt nur was Ungutes passieren. Gott. Ja. Hallo. Mhm. Alles rausgedreht. Gut, 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 gut. Und hier? Kann ich nicht ran. Hier ist nix gruseliges passiert. Und nun sah ja... Schon gruselig genug aus. Uh. Ah. Kann ich das irgendwie an den Start bringen, um dann irgendwie weiter zu... Wir werden's sehen. Wir werden's sehen. Cool. Oh, du bist sehr schön. Riebwagen. Hergestellt von den... Richtungshebel. Hauptschalter. Vorwärts. Rückwärts. Auch Verbs. Rückwärts. Bremshebel. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Vorwärts. Ja, vielleicht sollte ich's auch erst mal vorher starten. Du bist der Bremshebel, ne? Jetzt bist du an. Okay. Okay. Nee, das ist ja kacke. Muss ich den vielleicht erst mal lösen, den Bremshebel? Kann das sein? Das hat... Ja, ha! Ha, ha, ha! Gott, ich möchte den Bremshe... Bremshebel im Auge behalten. Ich weiß, was uns da jetzt entgegenkommt. Oh Gott! Bist du da? Buddy? Nein, das klingt nicht gut. Warum... Warum hast du solche Geräusche? Bullard! Oh Gott, es ist... Es ist dunkel. Oh Gott, es ist dunkel. Warum ist das auch einmal dunkel? Aber so Seegemühle. Das ging jetzt aber schnell, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Stopp mal! Okay, ich weiß jetzt nicht... Hä? Er kurzt immer an. Okay. Leute, wir müssen eh hier runter, ne? Alter, was ist da denn rotes? Ist da was zum Kaputtmachen? Ne, das ist nur ne Lambe. Oh no! Arkadius! Arkadius! Oh, welch schönen Namen du trägst, Arkadius! Ja, eine was? Eine Winde? Was soll dieses Gerät... Ach so, das wegziehen. Das Gerät da wegziehen. Ja, jetzt ist die Frage... Es funktioniert ja wahrscheinlich nicht... Oder es könnte mechanisch funktionieren, wenn's... Na, okay. Wenn wir hier irgendeinen Treibstoff... ...reinfüllen könnten... Ähm... Wie, das ist damit verbunden? Wir gehen einfach mal hier rein, wenn das klappt. Ah, okay. Alter! Du hilfst mir echt immer weiter. Du bist ein Held. Du bist wirklich ein Held, Bullet. Äh... Alright, here we go. Now, uh... It's pretty basic, actually. First, uh... You need to ignite it. Like... Like this. Alright, then... Now the donkey will begin to pull. Okay. So pay attention to the pressure. You need to keep the needle in the green zone by turning this... Okay. Okay. Wenn ich das jetzt gleich so da irgendwann anhalte, dann müsste das doch... Tu das bitte auf. Das wäre exzellent. Aber erstmal zu Ende gucken. Und, uh... In case you run into any trouble. Okay? Okay. Die Frage ist jetzt, was ist, wenn ich das... Hier anhalte? Dann ist der Baumstamm da. Okay, aber das ist auch... Sehr gut. Dann... Ah... Okay, es funktioniert über Dampf. Dampfbetriebenes... Hilfsaggregat. Boah. Tappy East Creek Holzunternehmen. Black Hills Forest, Frederick, Country, Maryland. Dampfpfeife, Sicherheitsventil, Druckmesser, Druckregelventil, Feuerkammer. Oh Gott! Oh Gott! Da habt ihr aber den richtigen Mechaniker hierher geholt. Guadri. Wir haben gerade eine neue Lieferung gehalten. Komm zum Wartungsschuppen und hol die Teile ab, die du haben wolltest, Robert. Wartungsschuppen? Goddamn, was ist los mit dir? Wo soll hier ein Wartungsschuppen sein? Du hast nur Vakuum in der Birne... Check ihn nicht. Wartungsschuppen. Frage ist jetzt... Brennt es hier? Oder muss ich das... So, warte mal. Ich schnapp mir mal kurz die Cam... Und guck mir das Video nochmal an. Und spule das bis dahin zurück, dass der Gerät da brennt. Ja... Das ist gut. Das gefällt mir. Okay. Was ich jetzt tun soll, überhaupt keine Ahnung. Ähm... So, hier wird Dampf abgelassen. Ah, goddamn, der gefällt mir. Ja, das ist... Das... Come on, buddy. Come on, buddy. Okay. Ich frag mich, ob ich noch einen anderen Weg also so irgendwie reingefunden hätte. Wäre ja auch cool gewesen. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir, mein Junge? Wollte ich lösch? So, aha, was haben wir da? Aber das könnte uns doch jetzt... helfen, oder? Könnten wir das nicht irgendwie da draufsetzen? Da war... Achso, ich muss richtig... Oh, da kann ich das da drücken. Hast du genießt? Bullet, hast du genießt? Genießt? Hm, hm, hm. Okay, das ist also wieder zu. Schubidubu. Okay. Da drin war aber auch nichts mehr, ne? Muss ich jetzt vielleicht... mir die andere Seite da angucken? Okay. Bullet, hast du irgendeinen Check für was das hier alles so soll? Guck mal. Tun wir mal das. Ah. Ah. Nee. Das war doch nicht gut. Weil jetzt müsste ich erstmal das Gerät hier zurücksetzen, ne? Obwohl, das könnte eigentlich klappen, ne? Warum denn nicht? Wir gucken uns mal die andere Richtung an. Äh, losmachen. Rückwärts. Langsam. Aber... Könnte ich schon... Na... Ich glaube, wir fahren noch weiter zurück. Und jetzt können wir... nach vorne fahren. Ich glaube, ich musste noch ein bisschen weiter zurück. Vielleicht sollte ich mir das Ganze auch mal angucken. Okay. Okay, 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 okay. Mach ruhig noch ein bisschen. Ich hab Angst, dass das sonst wieder nicht klappt. Okay. Okay. Jetzt müsste es doch klappen, ne? Wenn ich es richtig eingestellt habe. Gut, okay. Dann... Hallo, was soll das? Was denn voll ist mit dir? Warte, ich... 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 Okay. Dann... Langsam... Hier... Hoch. Warte mal. Jetzt fahren wir doch... Trotzdem irgendwie zurück. Stopp mal, 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 stopp mal. Ja, wir steigen aus, aber... Ich will ja nicht wieder zurück über die Brücke. Alter. Ich weiß nicht. Wie hab ich's denn jetzt eingestellt? Nach links? Es gibt... Warte mal. Was ist, wenn ich's einfach... So wieder... Zurück mach? Na, dann müssten wir ja eigentlich wirklich nach rechts fahren, ne? Na, warte mal. Aber da ist doch auch was im Weg. Können wir uns ja auch klemmen. Ah, shit. Okay. Ah, okay. Sehr nice. Wir bleiben im Licht. Buddy, wir bleiben im Licht. Nein. 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 Du bleibst an. Ich seh überhaupt nicht, warum grad wegzugehen. Bullet. Alter Junge. Mach mal wieder an. Es geht nicht an. Oh Gott. Bullet. Bullet, ich hecke mich. Alter. Bullet, komm. Ich weiß nicht, ob ich überlebe. Ah, kurz davor ins Licht zu treten. Ja. Ja. Ja, weil... Perfekto. Wo auch immer du bist, Bullet. Komm. Komm, 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 komm. Okay, es hört auf. Okay, es hört auf. Wir rennen mal los. Ein Schlaf sollte ich überleben. Wir sind im Licht. Alter. Du kannst mich jetzt nicht. Geht nicht. Oh Gott. Weiter. Ah. Woah. Woah. Bullet. Come, komm. Bullet. Hier. Okay. Weiter. Weiter. Keine Ahnung. Warum? Weiter. Ich hab keine Ahnung. Es geht alles raus. Es geht alles raus. Alter. What? Ja, die brauchen wir eh nicht mehr. Die Frage ist jetzt... Okay. Ich dachte, ich kann irgendeinen auswechseln. Du hast es nicht verstanden, oder? Dann kriegen wir voll auf die Schnitt, Junge. Ich weiß auch jetzt nicht, ob wir irgendwann da wieder zurückkehren müssen, um uns doch den anderen Weg da durchzubahnen. Ich hab überhaupt keinen Check. Lesen. Psychologisches Gutachten. Unlesbar. Hintergründige Zusammenfassung und Grund für die Zuweisung. Patient wurde von seinen Eltern aufgrund von extremen Panikattacken, Schlaflosigkeit und Schlafwandlerei als Folge eines traumatischen Erlebnis zugewiesen. Zugewiesen? Eingewiesen. Ich empfehle drei therapeutische Sitzungen pro Woche. Während eines einleitenden Gespräches konnte ich folgende Erkenntnisse erringen. Der Patient verweigert aktiv jegliche Erinnerung an das Ereignis. Seit dem Trauma ist er von lebhaften Albträumen geplagt. Offenbar eine Art verarbeitende Reaktion des Körpers. Er legt hinsichtlich des Ereignisses emotionale Abstumpftheit. Abgestumpftheit. Ich wollte schon meckern. Ich wollte schon meckern. Abstumpftheit. Ja, gut. Ich hab's ja nicht mal. Abgestumpftheit. Irrationale Aggressivität sowie Verfremdung an den Tag. Er macht generell einen sehr nervösen Gesamteindruck, was möglicherweise auf eine bisher nicht genauer diagnostizierte Angstneurose zurückzuführen ist. Okay. Klingt auch so ein bisschen nach dem, was wir hier erleben, ne? Aber ich weiß nicht, ob es hier um den entflohenen Jungen geht. Dann mach hier keine Geräusche. Holet, hast du was? Ah. Okay. Well, hello there. Ja, mitnehmen. Alter, mitnehmen und bewegen. Immer in Bewegung bleiben. Rüber. Herüber, herüber. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Anmachen. Erfolg bleibt irgendwie aus, ne? Achso, es war schon. Okay. Ah, shit. Okay, sinnig wäre für mich, wenn ich jetzt irgendwie, genau, das so umlaufen könnte. Ob ich das möchte, weil, ne? Ist schon gruselig, ne? Ist schon gruselig. Alter, alter Licht. Oh, du. Ruminös, tolles Licht. Ja, wollte ich grad sagen, Alter. Die werden immer schlimmer. Boah. Awesome. Awesome. Let's go this way. Let's go through this way. Da komm ich noch nicht direkt hoch. Oder doch? Oder nee? Oder nein? Oder nein? Achso. Dann lauf ich hier lang. Bullett, jetzt wird's sportlich. Komm hier hoch. Schaffste? Ah, du bist schon hier, hä? Hast dich hier wieder hergezaubert. Mein schwebender Hund, aka mein fliegender Teppich. Hier noch was bergen? Hier. Aha. Okay. Okay, ich bräuchte aber trotzdem noch was zum Flicken, ne? Ich hatte ein L. Zwischen F und I. Flicken. Mhm. Leg mir jetzt hier nicht irgendeinen Quatsch in den Mund. Äh. Du hast das so komisch gesagt mit dem ersten Streich, ne? Dass ich vermute, dass wir hier noch was finden müssten. Hm? Aber was sollte mich hier zum Flicken finden? Ja, irgendein Deckel. Irgendein Deckel. Aber wo sollte hier ein Deckel sein? Hier ist doch noch nicht mal funktionierender Schnürsäckel. Okay. Nee, komm, dann würde ich sagen, weiter. Weiter geht's. Hier könnte irgendwie sowas sein, ne? Oh Gott, noch ein Doctack. Aber da stand irgendwas komisches bei, äh, der Religion. Irgendwas handgeschriebenes. Als ich die Kamera dieses alten Narren an mich nahm, war sie voll sinnlosem Geplapper. Doch ich sah es. Ich erkannte ihr wahres Potenzial. Mit ihr kann ich in die Dunkelheit blicken und die Monster sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Mit ihr kann ich Dinge sehen, die meinem bloßen Auge entgehen. Und ich kann mit ihr auf Dinge zurückblicken, die ich bereits getan habe. Sie lässt nicht zu, dass ich meine Taten jemals vergesse. Ähm. Willst du mir damit sagen, ich sollte eher die Kamera als die Taschenlampe auspacken? Aber die Taschenlampe ist doch das, was mir mit dem Licht einfach so ein bisschen hilft. Oh Gott. Das macht es alles nicht besser. War's das hier? Alter, ich muss doch irgendwie noch einen Deckel hier finden. Verdammt, ein Deckel. Da kommen wir nicht hoch. Du sabberst hier schon wieder adeltvoll, mein Junge. Ähm. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Scheiße. Ernsthaft? Boah, ich hab Angst, dass ich irgendwas übersehe, ne? Ich hab so Schiss, den Weg hier nochmal zurückzulegen. Junge, du machst Geräusche, du machst mir jetzt auch langsam Angst, Bullet. Ja, wollen wir hier lang? Ernsthaft? Ist das unsere Idee? Da komm ich gar nicht. Nein! Ernsthaft? Oh, das ist ja doof. Oh, das ist ja doof. Leute, das ist doof. Okay. Ich hoffe, wenn ich irgendwas übersehe, dass der mir irgendeine Information da lässt, im Sinne von, ne, ich kann noch nicht weg, ich brauch noch hier irgendwas. Weil wir haben jetzt immer noch keinen Deckel gefunden. Aber ich finde, ich hab mich relativ genau umgeguckt, also... Ich check's nicht. Also wenn ich was übersehen habe, dann check ich's nicht. Ja, 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 ja. Okay. Zurück. Zurück zu unserem wundervollen Gefährt. Welches uns mühsam ernährt. Na gut, das macht's nicht wirklich, aber... Manchmal muss man ja einfach nur zweck dienlich denken. Und alles... It's all about the rhymes. Hier, da geht's ja nur zurück. Und da wollen wir gar nicht erst hin. Oder führt das im Kreis, wenn ich da... Nee, ne? Ja. Hä? Hä? Ja, Bulett, ich weiß jetzt nicht, ob... Dein Bellen mich irgendwo... Oh Gott, ähm. Das wird so scheiße. Kann das sein, dass ich die hier wieder anhabe? Ja. Okay. Bulett. Let's give it a try. Let's give it a try. Ja. Müsste nur am richtigen Moment anhalten, ne? Ja. Ja. Ah, das hilft mir nicht. Das macht mir nur noch mehr Schiss. Bulett. Bulett abdi. Wadiru. Schubi de Bube, wadiru. Ich frag mich, ob ich das nicht auch zu Fuß zurücklegen könnte. Aber dann krieg ich wahrscheinlich wirklich einen offenen Bams. Wir fahren jetzt so weit zurück, dass wir in beide Richtungen im Notfall fahren können. Also, ne, dass wir dann einfach nur die Dings ändern müssten, die Weiche stellen müssten, so. So, hört mal an. Auf jeden Fall, wenn wir dann wieder raussteppen in die Richtung... Alter, ich bin aber mit der Ausbeute nicht zufrieden. Ich hab das Gefühl, mir fehlt was. Ich hab das todsichere Gefühl, mir fehlt noch irgendwas. Gut, aber wofür hab ich die Dose aufgenommen? Ja. Ein Druckmesser kommt da rein. Okay. Ein Druckmesser. Oh god damn, oh god damn. Okay. Das ist mal gar nicht gut. Sowas haben wir auch hier nicht. Warte mal, ich schnapp mir noch mal die Cam. Ich mach noch mal die Tür auf. Geil, ey. Wie sie im Hintergrund aufgeht, das ist super nice, ey. Das ist super nice, ey. Ah. Main-Town-Shell, du bist hier. Links fahr ich über... Ach, über eine andere Brücke zurück. Wie bin ich eben gefahren? Ich war bei Camp B, ne? Und Steam-Dunkey, Steam-Dunkey, ist das der Wartungsschuppen? Oh god damn, kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt wirklich zu früh zurückgegangen bin. Ohne da... Wofür hab ich denn dann die Dose? Ob ich die hier nicht draufsetzen kann. Das ist doch schon wieder der absolute Oberbullshit. So, wir haben 52 Minuten gespielt. Meine Damen und Herren, ich würde die Folge hier bis 1. beenden. Ich weiß nicht, wann ich in der nächsten Folge rein starte. Ob ich versuche, alleine das irgendwie zu holen, was uns vielleicht noch fehlt. Oder, ähm, ob ich euch da noch mal mitnehme. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch auf jeden Fall für die ungeteilte Aufmerksamkeit. Mein Name ist Tybor und ich bin verflucht noch eins. Raus aus dieser Nummer. Tschau! Ja, ich weiß, wir wollen mehr von diesem Typho. Und ich krieg mehr von diesem Typho. Denn halt den Namen Typho. Und halt den deinen Kopf.